Hey, der will einen in die Rede halten! Oh! Oh mein Gott! Gut, Männer! Landsleute! Und Brüder! Es ist verdammt gut zu sehen, dass es in diesem Land noch immer genug Patrioten gibt, die sich gegen die Feige-Tyrannei widersetzen! Die kämpfen, obwohl sie mehr verloren haben, als ein bisschen Blut! Und wir alle sind die Ehemänner ermordeter Frauen, die Väter ermordeter Kinder, und wir werden uns dafür rächen! Vielleicht gibt es in euren Herzen noch Zweifel. Und vielleicht hat, vielleicht haben manche von euch noch Angst, aber lasst euch eins gesagt sein, wenn wir heute kämpfen, ja, dann können wir sterben. Wir können fliehen. Und dann leben wir. Wenigstens eine Weile. Doch wenn wir dann in vielen Jahren sterbend in unseren Betten liegen, würden wir dann nicht jede Stunde von heute bis auf jeden Tag eintauschen wollen! Und manchmal alle in Italien jetzt hinterlassen! Ja, die will ich uns unter Leben nehmen! Aber niemals nehmen sie uns! Uns wird heuer ein! Allzu lange haben wir Gnade weiterlassen! Aber nicht heute! Jäger! Vielen Dank.